Hübsse! Da hat er heute eine Freundschaft geschlossen. Ist das der schönes! EVE, was ist denn du in deiner Hand? EVE, ich habe einen Launcher hier in der Hand! EVE, ich habe einen Launcher hier in der Hand! EVE, einen Launcher, verbotene Waffe und die Waffe. Da sind zu alle drauf gewonnen. EVE, die sind ja alle drauf gewonnen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Trouble in Terrorist Town mit mir, Onakama und den Dalluga, Grants, Anna, Good Gaming, Gubo, bei Nefias und die EVE. Ah, hallo! Die sollen mal wegen nicht stehen zu bleiben bei der Einleitung. Doch, damit man sie besser sieht. Damit ich dich besser sehen kann. Keine Angst Leute, ich bin Detective. Oh, Traitor-Runde. Tracer-Runde. Ich sperr mich hier in der Toilette an. Alles klar, Dalus, Traitor. Nein, ich meine, weil Anna Detective ist... Was ist das? Drei Traitor? Ich dachte, das wäre jetzt schon wieder... Nein, nein, nein. Die Ankündigung. Ja, oder wenn Anne Indisch hier... Wenn Anne Indisch hier... Egal, wenn Anne Indisch hier ist, auch eine Traitor-Runde. Ich hätte gerne einen Triple Cheeseburger. Und eine Milchshake. Das ist auf. Das geht nicht. Fühlt, was haben sie denn da? Eine McMuffin vielleicht? Äh, hier, Dings. Die Maschine ist kaputt. Ja. Die Maschine ist kaputt. Eis, Eis, Maschine ist kaputt. Genau, die es überhitzt die Maschine, es gibt kein Eis. Maschine mit Quark reinigt. Ja, okay. Die Maschine mit Quark reinigt steht noch da im Hintergrund... Die essen gerade ja scheiße aus. Ja genau, so verschmiert. Ich wollte nur für Mitarbeiter. Wer verfolgt mich? Ich will hier ein schönes Buch lesen, hast du hier eine Idee? Ja, das ist so ein Bildband über Ponys. Was erzählst du denn hier im Laden? Guck mal, du kannst dich ins Auto setzen und ich halte hinten den Auspuffzug. Was haben wir denn mit der Karte abverkossen? Ich hab neun Schaden genommen. Dalu, verfolgt mich, ich glaube, wer ist es. Und wer ist noch da? Ich hatte die Pizze verfolgt. Ich verfolge Nefias. Ach so. Moment, hier. Du hast nur gewartet, bis dann er vorbeigeht. Und das Craps, ich glaube, das ist eine Kausalkette. Nein. Craps ist ins Wasser gefallen, beziehungsweise ins Abwasser. Guck mal, Schatz, ich habe eine Kette für dich. Eine Kausalkette. Nein. Ich bin im Trader-Train. Wer? Franz ist hier reingekommen. Einfach meine Privatsphäre gespürt. Ey, Yves. Yves, fang. Nein. Ah, scheiße. Ich fang nix. Yves, sag doch mal, wo du die Leiche abgeladen hast. Bitte was? Yves, bist du nervös? Yves, bist du nervös? Ey, ich bin nervös, wenn jemand mit einem geöffneten Pizzakarton auf mich zuläuft. Wegen der Schmolflinte machst du dir keine Sorgen? Nein. Seid ihr... Ihr wollt mich nur... Ne, 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 da fall ich nicht drauf rein. Und der Nephias hat jemanden umgebracht. Nein, hallo. Goro ist es. Ja, natürlich. Nephias hat gerade den anderen da oben umgebracht. Ehrlich? Warte doch, Goro ist im Deadwinger. Warte jetzt. Goro hat auf mich geschossen. Instant. Ja, aber weil du doch... Ich habe keinen umgebracht. Keinen. Nephias ist es. Ja, Goro ist es. Er ist ja um... Das töre ich mich nicht weiter an. Das war so klar. Haben wir den Nephias? Es muss halt einen geben, der den Drecksverhalten hat. Moment, aber Kastikmaus gerade Goro erschossen. Und, ist er, Trader? Mal gucken. Ach, nee. Sorry. Ach, scheiße. Fuck. Was? Da hat er ja doch recht. Ja, warte. Ich bring dich ja selber um. Goro aufgehoben. Nein, Goro hatte. Goro töte nicht mal. Goro hat sich glaube ich als Nephias verkleidet. Ich bin jetzt Nephias, weil Nephias safe ist. Hatte er nicht. Doch, hatte er. Also, er hatte und hat dann wieder Rückkehr nicht gemacht. Seine Leiche ist weg. What? Eve? Doch nicht. Eve doch nicht. Werd hier Nephias? Achso, Nephias. Ne. Ah. Das war der Zoppelgänger von dem Goro, du Idiot. Was? Ach, Dalu wieder. Mann, Nils. Boah. Nils mal nicht. Boah, Nils. Aber Nephias hat richtig geguckt. Nephias hat Nephias erschossen. Ja toll, aber der echte Nephias hat neben ihn. Hätte er sich mal umgeschaut. Ich war Nephias. Ich hab den nie geklaut, als du die Leiter hochgeklettert bist. Ich denk sogar, ich war im falschen Film. Hast du deswegen also tot warst gesagt, ach nee? Ja klar. Das überfordert mich halt noch maßlos. Achso, ich dachte, weil du das gesehen hattest, dass ich die ganze Zeit als Nephias rumlaufe. Weißt du, jetzt sprichst du auch, wenn du tot bist. Das war schon fast ein Rage-Grid hier. Kuchen für alle von Nephias. Okay. Nächstes Mal machst du einen Kuchen für alle. Du hast Verspätungsminuten gesammelt, es sind jetzt 15 und dafür musst du einen Kuchen backen. Verspätungsminuten. Was war ich in der Schule so? Ich bin jetzt straighter. Ja, dann schieß und ich schieß zurück. Ach nein, da wollen wir gerne Kuchen backen. Wo ist Kapuz eigentlich die ganze Zeit? Den seh ich überhaupt gar nicht. Ich bin da. Ich bin nur ein Ninja. Der Puls ist immer schnell tot, der kann nix. Hallo, könnt ihr mal bitte rausfinden, wer mich hier angeschossen hat? Hallo, kann ihr mal bitte rausfinden? Von wo denn? Bitte rausfinden. Zieh mal einer die Kugel aus Anne und lass sie mal bitte untersuchen. Korrupt? Dann gibt ihr seine Waffe ab und wir prüfen aus dem Labor. Ich hab eine Intervention für dich. Ja, ich auch für dich. Ihr heißt Shotgun. Boah, wer hat da... Boah, wenn du mich jetzt abschießt, warst du... Crap. Ich hatte auch nicht geschossen, Anne, aber es war nicht extra. Dann kündig ich dir die Freundschaft auf Facebook. Ich weiß, aber deswegen hab ich mich... Galu, hau ab. Geh weg mit der scheiß Pizza. Explosive Pizza! Geh mir auf den Zickflüttchen! Hast du gehört? Ich hab auch die Sound-Effekte für... Ah, ich hab den Schlüssel gefunden. Ja, boah. War der Spaten-Kick oder was? Ne, hier unten. Boah, ich trau halt keinem mehr. Das ist so schlimm. Wieso? Dein Traitor-Partner kannst du doch trauen. Oh, grenzende. Ah ja, stimmt ja. Boah, wo ist der denn? Ah, warte mal schnell hingehen. Das ist ein Schlüssel, hab ich doch grad schon mal gesagt. Wo kommt... Anne hat den Traitor-Schlüssel! Anne, komm mal hier runter. Hier unten in den Laden rein. Okay, jemand hat mich hier runtergeschossen. Der Schlüssel macht Musik. Was, was, was? Der Schlüssel macht Musik. Was hat Anne da? Das ist ein Schmalscharraum, gib den Schlüssel ab. Du weißt nicht mal wohin. Nein, warte, der ist doch... Ich hol mir den Schlüssel jetzt. Das macht so cooles... Ich seh schon fast. Da ist doch jemand gestorben, oder? Anne hat ne Elfe in der Hand. Bring ihn zur Tür. Anne kriegt ja die Tür nicht mal auf. Was? Komm, alle rein da. Und jetzt ein Friendship Beam. Anne zuerst rein. Headcrap! Die Headcrap! Wuhu! Was ist denn da mehr drin? Ah! Was ist denn da mehr drin? Ah! Hey! Ich denke, das Radio ist ne Bombe. Ich glaub, Anne ist es. Jetzt passiert nix. Ja, aber dann... Das wär zu offensichtlich. Das war... Das fährt ja von mir. Und das war aus Versehen. Das macht selbst vernetz sogar, das. Du hast selbst in den Fuß geschossen. Du bist ruh da! Das ist verdächtig, Dalu, was du da machst, finde ich. Ja, es ist schwer, ihm hier ein SMS zu schreiben. Ja komm, du bist in den Traitor-Shop. Erzähl doch keinen Scheiß. Ja, grade ich mach den Goro, ey. Pumm! Nils, kannst du dich treffen, oder? Ne, ich will ein bisschen Panik machen, damit sich die Traitor mal rauskriegen. Taube! Anne, Anne, Anne! Sammelt die Taube ab! Alle haben's gesehen! Idiot! Leid genug! The Dead-Pack! What? Alle mit G fast, ey. Es muss was bedeuten, man! Ah ja, Nils, die Dämpfer haben mit anzusehen, oder? Ohne Scheiß, ohne Scheiß! Wir wollen alle weg. Ja, ja, ja. Dalu verarscht. Ich erschieße dich einfach gleich da, du. Dann ist das auf jeden Fall... Das Karma ist es mir jetzt wieder wert. Ich hab einfach mal geführt. Da fühle ich mich sicherer. Wo ist denn, Anne? Ist sie schon tot? Tod! Das ist aber verdächtig, dass du jetzt... Kapuze! Warst du nicht tot? Nee. Ähm. Können wir Nephi erschießen? Nee. Nein. Nephi und Kapuze können sich duellieren. Warum? Das ist mit Yves. Es ist safe. Nephi und Kapuze können sich duellieren. Kapuze wird gerade von Nephi erschossen. Nee, das war wirklich Kapuze. Okay. Ich hab das beobachtet. Bisher hat das immer geklappt mit der Taube und dann hampelt ihr so rum. Los Nephi! Schmeiß! Komm nicht! Ich treff ihn nicht! Schmeiß! Oh! Jetzt hat Betsy kaum gegessen. Guck mal, wie weit er wegläuft hat. Was war das? Anne, du hast auch gesagt, du wolltest das abgewöhnen, das normale Lachen. Was? Gut, dass ich das war, aber passt. Hallo Gomo! Was passt so zu, Anne? Voll geil, voll gemein. Du wirst aber auch noch deine Running Gags kriegen. Nein, ich hab jetzt... Du bist verheiratet, Anne, von daher... Das ist ja geil. Kapuze hat mir zum Beispiel gerade die Dings angeheftet. Die Plasma. Und dann lauf ich einfach schnell zu ihm hin. Boah, bei McDonalds ist auch im Klo. Da ist man aber auch nicht gern tot überm Zaun. Das ist egal, ob man im Klo oder in der Kasse arbeitet. Boah! Wahrscheinlich sind da im Klo noch sauberer. Das ist gemein. Das ist scheiße, das hat nichts mehr zu tun. Grands Hüppwoll! Grands Hüppwoll! Warum kann ich die Waffe nicht kriegen? Jetzt nehme ich mir. Die Waffe haben... Kapuzt! Hä? So lange lebt noch. Good Game, Hüppwoll! Hey, Good Game, warst du gerade im Shop? Nein, ich war... Good Game. Das ist ein Good Game. Good Game! Good Game! Good Game! Hey, hey, hey! Und die Garscheibe kaputt! Kaputzes Kopf auch! Zack! Der Geplante! Der Geplante! Anne muss bald... Anne, möchtest du einen neuen... Mehr mal! Krogen wir jetzt sofort her! Ey, die Melone! Mann! Anne, möchtest du einen neuen Harry Potter Band haben? Ja! Wir haben hier... Oh, die Melone! Die Melone ist so geflogen! Und die Melone des Schweikens! Und die Melone des Schweikens! Achtung, Brand! Boah, Anne hat jetzt die Besotgen rausgeholt! Ja! Ich wollte Harry Potter Band 3 zerstören, der ist weiße! Ey! Ey! Was soll denn das jetzt? Das war ich nicht! Die Scheibe war so vorher! Jetzt geben Sie aber, geben Sie Ihre Bibliothek aus, weil Sie dann verschwinden Sie! Das war schon vorher so! Ich brenne die Bibliothek nieder! Brandgranate! Ey! Brennen die Bücher! Brennen die Bibeln! Brennen die Bücher! Brennen die Bibeln! Brandgranate! Ich auch! Hör zu! Komm! Hör zu! Hör zu! Na, schade! Ich bin Detective, bitte! Aber was ist das? Na, Grant? Was ist los? Findest du keine Waffe im Shop? Eve, du musst dir was kaufen! Was? Du hast gewartet, dass ich mich runterstupsen kann! Nein! Du kleiner Schlauiner! Eve, kauf dir mal was! Was denn? Wo kann man denn was kaufen? Ey! Eve! Aufschnitt und so! Nein! Nein! Eve, kauf dir mal Aufschnitt! 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 Komm mit Triple Cheese! Nein! Anne ist es, Leute! Ist es nicht! Klar, du hast gerade geschossen! Nein! Eine neue Folge Eve Online! Nein! Warum lacht Anne dann immer? Warum lacht Anne dann immer? Warum lacht Anne? Warum lacht Anne? Warum lacht Anne immer? Ne, stimmt, das war Anne! Anne, du hast auch ne Lache wirklich! Wahnsinn! Was kann das denn? Was ist das denn? Du aktivierst du den Buch! Gib mir das her! Was kann das? Was ist das denn? Du aktivierst du den Buch! Gib mir das her! Ich hab Eve getötet! Ich hab Eve getötet! Ich hab Eve getötet! Was ist denn? Wo? Oben! Oben! Entschuldigung! Katze! Ich hab das mit der süßen Katze als Thumbnail gekauft! Drei Schritte ist ja schon okay, okay, ja! Also nochmal, das ist verboten! Die Melone ist erlaubt! Die Katze ist verboten! Die Melone und die Combined Sniper ist auch verboten! Die Melone ist erlaubt! Äh, die Katze ist verboten, so war das so! Die Melone ist erlaubt! Na gut! Na gut! Na gut, dass du was gekauft hast! Ich hab mich extra versteckt! Ja, das hab ich ja gesehen! Deswegen hab ich ja gesagt, du musst was kaufen! Ne, ne, da war ich ja schon lange fertig! Das glaub ich nicht! Ne, wirklich! Sogar! Oh Gott! Da war die Katze noch Junge in der Browschaft! Da war's noch ne, genau! Ne Kitten war's da noch! Hauptsache du schreist dich zu wie Shotgun! Hast du ja auch! Ja, möglicherweise! Maybe! Oh, Detective! Jetzt geht's los, ja! Weißt du, was ich ziemlich krass fand? Eve, du kannst was kaufen! Dein Gesicht? Ja, was soll ich kaufen? Sag mir schnell! Ich hab'o den Browsern! Hallo! Ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Die besten hab' ich mir drauf! Ja! Kaput, warum haben wir ein Duell? War das die mit dem Porn? War das die mit den Porn? War das die mit dem Porn? War das die mit den Porn? War das die mit den Porn? Wieso? Moment, was ist denn da los? Was ist denn da los? Warum willst du wissen, dass ich Karma verliebe nicht? Ne, wenn ich den töte? Das heißt, du bist Traitor, Kaput. Das ist so schwachsinnig, aber wenn er mich killt, würde er doch klar machen. Warum, wenn ich Traitor will? Beide Traitor sein. Stehen nicht so offensichtliche Fragen, sonst denken sie nicht auf ihn da. Darf ich Kapuze erschießen für die Auswahl? Ach, die Kacke hier. Ich glaub Kapuze hat's immer noch nicht verstanden. Was macht der? Wer hat auf ihn geschossen? Schieß anzoomt auf ihn. Nein! Ich bin Detective, du Schmuh, du. Nein, Intervention. Ich hab's gehört! Keiner hat eine rechte Maustaste gedrückt, ey. Die rechte Maustaste wurde nur gedrückt, glaub ich. Hier hinten in der Kanalisation war einer. Wie hört man das denn? Wie hört sich das aus? Ich bin das. Ich schieß nur auf Kapuze. Von hier? Wie soll ich das von hier gemacht haben? Oh, schön. Oh, jetzt schießt er zurück? Ich bin ein krasser Typ. Ey, nicht anrennen. Wenn ich tot bin und Inno bin, dann hast du dich eh verdarrt. Der hat doch gerade geschnipert, oder? Oh, oh. Die Anne knallt neben dir. Komm, wir schießen auf Anne. Die knallt neben dir. Komm, wir schießen auf Anne. Ist alles los. Find doch das zu treffen, wo es da zieht. Wo? Alter, halloo? Oh, diesen equipment. Der Craft-Dollar fühlt sich gleich gleich schlecht, Oh, was hab ich er damals gemacht? Das war dann sch am einfach. Wenn man schon werthans geht. Der Craft-Dollar-Dollar-Dollar-Dollar-ights-W alongside-Arrophs. Wer dann schon der Zweite. Gutgänger, means她 ver cups. Scheiße. Ja, ich ziele aber... Wobei, wozu echt schwer, da auch wirklich dein Leben zu schießen, weißt du? Nee, Daniel, hallo! Als Detektiv darf ich doch ungestraft alle töten, ne? Ey, haut euch da! Nein! Da hat jemand gestorben, oder? Ja, weil du mies geschlagen hast! Ich glaub, du hast ihn geschlagen, oder? Oh! Hast du doch nicht geschossen? Hast du gar nicht? Ich hab 93... Was war das für ne Granate, Anne? Die Freundschaftsgranate. Oh, das war ein Verrat. Jetzt wird's aber hier schlingelig. Mit Frauenrechten haben's wir hier nicht so, gell? Nicht auf diesem Tag, ey! Hier haben wir uns Regeln. Das sind Männer. Ist da grad einer geschlagen? Ey, der hat zugeschlagen, ey! Die hat's mir zu verhauen, ey! Oh mein Gott! Danke! What? Was ist da passiert? Was, wie habt ihr das geschafft? Was ist passiert? Der ist ne... Was explodiert? Hier ist ne Leiche. Darukat ist tot. Und Kapuze ist auch tot? Und es war keiner aufverdient. Haben die sich jetzt da gegenseitig abgeballert, oder? Wo sind die denn da oben am Dach? Die haben sich nicht wirklich... Ja, müssen sie ja. Getradet, oder was? Ja, das ist jetzt blöd, ne? Ich wusste nie. Doch, er ist jetzt explodiert! Eve. Wer war das? Wer war das? Ich weiß nicht, sie ist mir entgegengekommen. Eve, lebst du noch? Ne, sie ist tot. Ich hab sie grad confirmed. Nils ist auch tot. Dann ist es für Caps, wenn er so geil fragt... Oh Gott, Entschuldigung! Okay, du lebst auch noch. Warum habt ihr sich denn hier versteckt? Caps und Goro sind's dann. Ne, ich bin's nicht und ich schieße auch hier, der mir zu nah kommt. Okay, Goro, du hast rechne, Ephias. Hab ihn. Was ist dein Sack? Oh Mann, war das wieder mit Anne. Du bist das Grant, oder? Nein. Doch, bist du. Goro ist es. Goro ist tot. Oh. Warte. Können wir ändern. Oder? Habe ich noch Credits? Ja. Ha. Wird ihr jetzt nicht in nem Burgerladen kommen, Crips? Hier nimm deine, deine Dings. Ey, gib meine Sword-Snipern wieder, ey. Hä? Die liegt da da, oder? Nein, du hast die geklaut. Nein, ich hab die nicht. Ich schieß die gleich ab, ey. Ich hab die nicht. Ich hab die nicht. Du klaut dann meine Waffe in den Sack, ey. Die liegt dann noch. Die packt dann irgendwie rum. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Hinten im Waffenladen. Moin, echt? Ja. Campt er wieder? Ja. Ja. Wie kommen wir da am besten hin? Da ist er! Er geht rechts vom Burgerladen. Also da bei deiner Seite. Okay. Hä, du bist an ihm vorbeigegangen? Nee. Ah, ah, hier! Ah! Hä? Wo ist denn der hin? Wie konnte das denn jetzt passieren? Wo bist denn der hin, ey? Ich bin ein Schatten. Ich mach doch was da, weißt du? Wo bist du? Nervensäge, du. Unter dir. Ja, stimmt. Wieso Nervensäge? Ich mach doch gar nicht so viel. Oh nein, das Radar. Dieser Delay. Witzend, ne? Ich konnte das überleben! Boah, wieviel Leben hattest du noch? Vier. Ah, nicht schlecht. Na, die Folge ist ein bisschen kürzer. Wir beenden und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!